Europa feiert heute auch das Leben. Es ist Silvester, es steigen wieder große Partys, es darf gefeiert werden in keinster Weise irgendwie noch mit irgendwelchen Corona-Regeln. Am anderen Ende der Welt, in China, da sieht das ganz, ganz anders aus. Da tobt eine komplette Corona-Welle. Das Gesundheitssystem ist nah am Zusammenbruch und viele Länder machen deshalb jetzt Tests für Einreisende aus China. Also zum Beispiel Frankreich, Großbritannien, Spanien oder auch die USA lassen Menschen aus China nicht einfach einreisen. Corona-Test ist Pflicht. Und bei uns, da sagt ausgerechnet der Bundesgesundheitsminister, der immer vor Killer-Varianten warnte, unnötig. Fakt ist, in China breitet sich das Virus völlig unkontrolliert aus. In wenigen Stunden ist es vorbei. Endlich, muss man sagen. Dieses Krisenjahr 2022 und man möchte auch Corona am liebsten mit den Silvesterraketen in den Himmel schießen. Schüss, komm bitte nie wieder. Dieses Jahr werden viele böllern, als gäbe es kein Morgen mehr. Manche tun das ja schon seit gestern, wenn man die Bilder aus Berlin sieht. Ja, die Diskussion, das Feuerwerk wirklich abzuschaffen, die ist nicht wirklich neu. Feinstaub, Lärm, Müll und verstörte Tiere. Es gibt wirklich eine Menge Argumente. Aber für viele zählt auch die Tradition und dazu gibt es eine Menge zu sagen, weiß unsere Kollegin Alexa Schulz, allein die Kosten sind auch der Hammer. Ja, sowieso. Da gehen wir mit. So, wir sind gespannt, wie sehr es kracht. Wobei letztes Jahr irgendwie genauso beeindruckend war, wo alle ohne offizielles Feuerwerk in Deutschland ja auch Knalle hatten. Irgendwie war es schön. Ja klar, wir spulen jetzt vor auf die Party heute Abend. Zehn, neun, acht und... Stopp, Sekunde. So weit sind wir noch nicht. Wir müssen erst mal klären, mit wem wir feiern und wer kommt, was wir essen. Genau, same procedure as every year. Silvester ist ja immer so ein Stresspartikel. Das ist eine feine Sache. Ja, die Wünsche, die nehmen wir natürlich alle, damit 2023 wirklich ein besseres Jahr wird. Ja, 2022 war einfach heftig. Das müssen wir Ihnen nicht erzählen. Auch für uns hier in der Redaktion des WDR Newsrooms, im Netz, im Fernsehen, im Radio hieß es, berichten über eine Krise nach der nächsten. Allerdings, dabei wollen wir Sie als Zuschauerinnen und Zuschauer mitnehmen. Das ist unser Job hier im Team. Und man kann es sagen, den lieben wir alle. Auch die, die Sie jetzt gerade im Moment nicht sehen. Und das vergangene Jahr, das hatte es in sich, das merken auch unsere Moderationskollegen, wenn sie es nochmal so für Sie durchgehen. Ja, und was auch dazu gehörte, war, was Widerstand bedeutet und wie viele Menschen dafür leiden müssen. Auch das hat dieses Jahr gezeigt. Im Iran gehen seit Monaten Tausende auf die Straße, um gegen ihre Unterdrückung zu kämpfen. Es gibt sogar eine Hymne dieses Protests. Sie heißt Baroye. Darin geht es um drei Dinge. Frauen, das Leben und die Freiheit. Die deutsch-iranische Sängerin Mariam FYI hat den Song auf der 1Live Krone Anfang Dezember gesungen und hier im Westen viele damit berührt.